Vor langer, langer Zeit gab es viele, viele Menschen auf der Erde. Und alle Taten, wozu auch immer sie Lust hatten, ohne Liebe und Rücksichtnahme auf die anderen. Sie interessierten sich nur für sich selbst und kümmerten sich nicht um die anderen. Gott war traurig, weil die Menschen seine Lehren vergessen hatten. Jedermann auf der Welt. Außer Noah und seiner Familie. Noah und seine Familie arbeiteten sehr hart und sie behielten die Lehren Gottes in ihren Herzen. Also schön, das reicht für heute. Ihr Jungen könnt das morgen fertig machen. Aber Vater, wir hatten ihn schon fast. Nur noch ein paar Minuten. Gott weiß, wie hart du arbeitest, Jabet, mein Junge. Und ich weiß es auch. Aber Gott will auch, dass wir bei Kräften bleiben, damit wir noch seine Arbeit tun können. Du hast wieder recht, Vater. Du musst der weißeste Mann auf der Welt sein. Ich? Oh nein. Vielleicht bin ich der glücklichste Mann der Welt, aber der weißeste, das glaube ich nicht. Aber genug geredet. Wir beeilen uns besser. Ich glaube, eure Mutter macht heute Abend ihren Eintopf. Wir wollen doch nicht, dass er kalt wird. Noah und seine Familie führten ein hartes Leben. Aber sie liebten einander sehr und sie hatten immer genug zu essen. Und Noah vergaß niemals, Gott dafür zu danken. Und Dank sei dir Gott für alles, was du mir und meiner Familie geschenkt hast. Danke für die Kraft, damit wir hart arbeiten können und für die Felder, die wir bepflanzen können und für das Essen auf unserem Tisch. Amen. Amen. Was ist das? Es klingt, als hätten wir Besuch. Oh, ihr müsst hungrig sein. Liebes, bring mir bitte ein Stück Fleisch und einen Knochen vom Eintopf. Ich glaube, unsere Freunde brauchen etwas zu essen. Alle Wesen Gottes sind wichtig. Hier habt ihr. Genießt es. Nichts geht über ein gutes Abendessen, stimmt's? Du bist ein guter Mann, Noah. Mehr? Eines Nachts nach dem Essen gaben alle Noah einen Gute-Nacht-Kuss und gingen zu Bett. Aber Noah ging nicht zu seiner üblichen Zeit schlafen. Er hatte ein seltsames Gefühl. Du siehst müde aus, Liebes. Warum gehst du nicht ins Bett? Kommst du auch? Bald. Ich bin nicht müde. Ich glaube, ich gehe einen Moment hinaus die Sterne betrachten. Noah ging hinaus, um etwas frische Luft zu schnappen. Er hatte ein Gefühl, das er einfach nicht beschreiben konnte. Er wusste nicht, dass Gott ihn nach draußen geführt hatte. Oh, was ist das? Noah? Gott, bist du es? Ja, Noah, ich bin es. Bitte höre die wichtigen Dinge, die ich dir sagen muss. Noah, die Menschen lieben einander nicht so, wie sie es sollten. Also habe ich beschlossen, die Erde mit einer Flut reinzuwaschen und neu zu beginnen. Das sind schreckliche Nachrichten. Hab keine Angst, Noah. Ich sage es dir, denn du bist der einzige Mann, der mich noch im Herzen trägt. Ich habe dich und deine Familie auserwählt, mir beim Neubeginn zu helfen. Hör gut zu. Ich will, dass du ein Boot baust, eine Arche. Es gibt so viel zu tun. Ich muss meine Jungen holen, damit sie mir helfen. Wacht auf, ich brauche eure Hilfe bei einer großen Aufgabe. Ja, ich meine es ernst. Eine Arche, eine große, große Arche. Ist schon gut. Lacht ruhig weiter. Ihr werdet schon sehen. Ah, dieses Feld sollte groß genug sein. Ah, 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 ah. Baue sie aus frischem, feuchtem Holz. Sie soll 450 Fuß lang, 75 Fuß breit und 45 Fuß hoch sein. Versiegele die Planken mit Thea. Oh, 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 oh Und ein unteres Deck. Hallo, Vater! Baueröffnungen um die ganze Arche herum, gleich unter dem Oberdeck. Ja! Und dann mach eine Tür in die Seite, groß genug, dass das größte Tier der Erde hindurchgehen kann. Und dann bring zwei Tiere jeder Art auf die Arche und gib ihnen einen sicheren Platz. Amen. Noah und seine Familie arbeiteten sehr hart. Vater, wir sind fertig! Ja! Hurra! Sind Sie nicht schön? Bravo! Wir haben es gut gemacht, meine Söhne. Wo ist dieser alte Mann, der behauptet, eine Flut würde kommen? Zeigt mir diesen Narren! Mein Vater ist kein Narr! Nur ein Narr baut ein großes albernes Boot in der Mitte eines Fels. Na, dann schauen wir mal. Du bist wirklich ein verrückter Mann. Wie jeder, der so etwas tun würde. Du tätest besser daran zu hören, was ich sage. Gott sagte mir, dass eine schreckliche Flut kommen wird. Es gibt so viel zu tun und so wenig Zeit. Vater! Es ist richtig, Sie zu warnen, Chef. Uns wovor warnen? Vor der Flut, die niemals kommt? Kommt! Wir verschwinden hier! Lassen wir den verrückten alten Mann alleine! Nun, nun denn. Danke für die Hilfe. Ich schätze, wir sind Freunde geworden, was? Und es sieht aus, als hätten wir unsere ersten Passagiere. Ach, wenn ich nur herausfinden könnte, wie wir all die anderen Tiere finden sollen. Seid jetzt still, ihr beiden. Seht ihr nicht, dass er versucht, nachzudenken? Vater, schau! Es ist ein Wunder! Es war wirklich ein Wunder. Gott hatte etwas Wundervolles getan. Er hatte zwei Tiere jeder Art zur Arche geführt. und sie verhielten sich alle friedlich. Sogar die Löwen legten sich still zu den Lämmern. Tiger? Wilde Ochsen? Zebras? Oh! Gott wird uns alle beschützen. Nun, das war's dann. Alle sind da. Was machen wir jetzt, Vater? Wir warten auf den Regen. Es sieht so aus, als müssten wir nicht lange warten, Vater. Schau! Plötzlich zogen sich die Wolken zusammen und ein kalter Wind kam auf. Noah, die Zeit ist gekommen. Deine Familie und die Tiere auf die Arche zu bringen. Es wird bald anfangen zu regnen. Gehen wir! 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 Alle an Bord? Alles klar hier unten. Fertig. Ich schließe die Tür. Ach, hab keine Angst, meine Liebe. Gott wird uns alle besützen. Der Regen bedeckte die gesamte Erde. Selbst die höchsten Berge verschwanden unter den Wassermassen. Abgesehen von den Tieren und Menschen auf der Arche war nichts mehr übrig geblieben. Während ihrer langen Reise kamen Noah und seine Familie den Tieren sehr nahe. Sie alle waren gute Freunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und die ZDF für funk, 2017 Sing quite okay in this happy song. Noah und his floating zoo. Und die ganze Zeit über hielt Noah Ausschau, wann der Regen aufhören würde. Aber es regnete immer weiter. Es regnete und regnete, als wollte es niemals wieder aufhören. Es regnete einen Monat lang, dann noch eine Woche. Dann endlich! Nach 40 Tagen und 40 Nächten hörte der Regen auf. Noah war so aufgeregt, dass er die ganze Familie zusammenrief. Ich habe euch hierher gerufen, weil ich eine Überraschung für euch habe. Der Regen hat aufgehört. Was? Das ist wunderbar! Das ist so schön, um wahr zu sein. Wann können wir hinaus? Nun, ich denke, wenn alles gut geht, wird der Boden vermutlich ungefähr in weiteren sechs Monaten wieder zu sehen sein. Alle waren enttäuscht über diese Nachricht, denn obgleich sie sich alle sehr liebten, waren sie es müde geworden, auf der Arche zu sein. Doch sie warteten geduldig. Viele Monate vergingen. Nun, was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Alles wie immer. Nichts als mehr. Wir werden dieses Boot niemals verlassen können. Wie sollen wir überhaupt erfahren, ob es trockenes Land gibt? Wie sollen wir jemals erfahren, ob wir in der Nähe von Land sind? Es ist hoffnungslos. Was für ein Gespräch ist das denn? Seid ihr die gleichen Männern, die mir geholfen haben, Gottes Arche zu bauen? Hat er uns nicht all die Zeit beschützt? Natürlich. Vater hat recht. Aber wie können wir denn herausfinden, ob es trockenes Land gibt? Das brachte Noah zum Nachdenken. Und schließlich hatte er eine Idee. Er ging und holte einen der Raben und brachte ihn zu einer Öffnung in der Arche. Dann ließ er ihn fliegen. Er dachte, wenn der Rabe Land finden würde, brächte er vielleicht etwas mit zurück. Aber als der Rabe zurückkehrte, trug er nichts bei sich. So beschloss Noah, eine Taube fliegen zu lassen. Viel Glück! Aber auch die Taube kehrt ohne Mitbringsel zurück. Noah wusste, dass Gott sie nicht im Stich lassen würde. Er wartete noch eine Weile und dann schickte er die Taube von Neuem los. In ihrem Schnabel trug sie einen Olivenzweig. Vater, das sind wunderbare Neuigkeiten. Wir müssen sehr nah an trockenem Land sein. Ja, Sohn, wenn wir an Gott glauben, wird er uns alle retten. Und auch du hast uns bescheuert. Ja! Und bald darauf landete die Arche auf dem Gipfel eines hohen Berges. Als es sicher war, hinauszugehen, sprach Gott erneut zu Noah. Noah, du und deine Familie und all die Tiere könnten nun herauskommen. Die Erde ist trocken. Geht hinaus in die Welt und habt viele Kinder und erzählt ihnen von mir. Und damit ihr sicher sein könnt, dass ich niemals wieder eine Flut über die Welt kommen lasse, werde ich nach jedem Regen ein Geschenk am Himmel hinterlassen. Etwas, das euch an mein Versprechen erinnern wird. Und so dankten Noah und seine Familie Gott für alles, was er für sie getan hatte. Und Noas Söhne bekamen viele, viele gute und starke Kinder, die Gott sehr liebten. Vor vielen Jahren lebte in einem Land namens Ägypten ein sehr böser König. Ägyptische Könige nannte man Pharaonen. Wir criminalisieren Inte einen sehr. Und sie werden es in einem Land namens Ägypten. Schneller! Besser! Mehr! Der Pharao ließ das gesamte Volk von Israel, das in Ägypten lebte, als Sklaven arbeiten. Sie mussten die Gebäude erbauen und viele schwere Arbeiten verrichten. Sie hatten keine Zeit zu ruhen und nur sehr wenig zu essen. Sie waren nicht frei und sie waren sehr unglücklich. Aber die schlimmste Sache war, als der Pharao eines Tages beschloss, alle erstgeborenen Söhne der Israeliten zu töten. Oh nein! Mein Baby bekommen sie nicht. Ich finde einen Weg, ihn zu retten. Jochebed, die Mutter von Moses, beschloss ihren Sohn, den Fluss hinabschwenden zu lassen. Psch, hab keine Angst. Der Pharao wird dir nichts tun. Deine Schwester Miriam wird bald hier sein und sich um dich kümmern. Was ist das? Ein Baby! Oh, dieses arme Baby braucht ein Zuhause. Ich werde es zum Palast bringen und dort für es sorgen. Verzeiht mir, Prinzessin. Falls ihr eine Amme für das Baby braucht, ich kenne eine, die in der Nähe lebt. Ihr Name ist Jochebed. Sie nannten das Baby Moses und er wurde im Palast des Pharaos als Ägypter aufgezogen. Aber Jochebed war in seiner Nähe, um ihn zu lehren, was richtig und was falsch war. Moses, es ist Zeit für deinen Unterricht. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Sicher habe ich das. Als ich heute Morgen draußen war, habe ich einen Sklavenaufseher gesehen, der einen Israeliten schlug. Das war falsch, Moses. Alle Menschen sollten mit Respekt behandelt werden. Und Jochebed lehrte ihnen, dass die Israeliten in Ägypten unglücklich waren, weil sie nicht frei sein konnten. Viele Jahre später, als Moses zu einem starken, jungen Mann herangewachsen war, kam er hinzu, als einige Ägypter die Israeliten schlecht behandelt. Du bist faul. Steh auf, steh auf und geh sofort zurück an die Arbeit, oder ich? Lass ihn in Ruhe. Du sollst niemanden so behandeln. Er verdient es. Er gibt vor, müde und hungrig zu sein, weil er zu faul zum Arbeiten ist. Ich werde ihn lehren, so etwas. Lass ihn in Ruhe. Es war sehr ungewöhnlich, einem Israeliten auf diese Weise zu helfen. Alle erzählten einander, was geschehen war. Moses war sicher, das Richtige getan zu haben. Aber er wusste, dass der Pharao sehr wütend sein würde. Und so verließ Moses heimlich Ägypten, in dem Wissen, dass er eigentlich ein Israelit war. Er wollte in einem anderen Land sein, wo er nicht mit ansehen musste, wie schlimm sein Volk behandelt wurde. Nach einer 40-tägigen Wanderung gelangte Moses in das Land Midian. In Midian heiratete Moses und gründete eine Familie. Er lebte so lange in Midian, dass er Ägypten beinahe vergessen hatte. Genau wie die armen Israeliten. Bis zu einem Tag, an dem Moses eine Schafherde hütete, oben in den Bergen. Dort geschah es, dass er ein erstaunliches Zeichen sah. Komm her, kleiner Kerl! Ich krieg dich! Jetzt hab ich dich! Moses, komm näher! Ah, wer ist da? Gott! Die Israeliten in Ägypten sind unglücklich, weil sie nicht frei sind. Geh zum Pharao und sag ihm, er soll mein Volk ziehen lassen. Warum hast du mich auserwählt? Hab keine Angst, ich werde bei dir sein. Aber werden sie mir glauben? Ich werde dir Zeichen geben, um dem Volk zu zeigen, dass ich dir beistehe. Wirf deinen Stab zu Boden. Nun nimm ihn am anderen Ende wieder auf. Vertraue mir, das Volk wird dir glauben. Jetzt geh! Und so ging Moses zurück nach Ägypten, um zu tun, was Gott gesagt hatte. Bist du Moses? Ich habe von dir gehört. Warum bist du wiedergekommen nach all diesen Jahren? Ich bin hier, weil Gott mich geschickt hat. Er will, dass ihr das Volk von Israel freilasst. Oh, will er das, ja? Zu schade für ihn. Wer ist dieser Gott überhaupt? Ich habe nie von ihm gehört. Ihr etwa? Nein, Sir, eure wunderbarste königliche Hoheit. Na also, dein Gott kann gar nicht existieren. Richtig? Ja, Sir, euer wunderbarste königliche Hoheit. Genau. Du da, komm her. Wir sind zu freundlich zu den Israeliten. Nach all dem haben sie noch immer einen starken Gott auf ihrer Seite. Sag meinen Sklaventreibern, sie sollen ihnen kein Stroh mehr für ihre Hütten geben. Von nun an sollen sie ihr Stroh selbst suchen. Ja, eure wunderbarste königliche. Ich sagte, geh. Ha! Versuch nicht mir zu sagen, was ich tun soll. Ich bin der Pharao. Es ist Zeit für euer Bad, eure königliche Hoheit. Ich werde nicht so leicht aufgeben. Und so kam Moses wieder. Gott will, dass ihr die Israeliten ziehen lasst. Hatten wir das Thema nicht bereits? Es braucht ein Wunder, bevor ich mir nur ein weiteres Wort von dir anhöre. Seht die Macht Gottes. Des einzigen wahren Gottes. Oh! Ruhe! Nichts als alberne Tricks. Abgesehen davon, sieh mal hier. Überlegst dir gut, bevor du wieder versuchst, mich reinzulegen. Ich versuche nicht, euch hereinzulegen. Ich warne euch. Gott kann viele Wunder bewirken. Ha! Das beweist gar nichts. Geh mir aus den Augen. Ich komme wieder. Und am nächsten Morgen kehrte Moses zurück. Pharao, lasst die Israeliten ziehen. Wenn ihr euch weigert, wird Gott Ägypten mit Plagen überziehen. Die Plagen werden viele schlimme Dinge bewirken. Nein! Dann seht die Macht Gottes selbst. Das ist Blut. Nur ein neuer magischer Trick. Verschwinde! Du, schon wieder? Was willst du jetzt? Lasst mein Volk ziehen. Wenn nicht, wird Gott Frösche über das Land herfallen lassen. Frösche werden eure Nahrung essen und in eurem Bett schlafen. Frösche? Ich liebe Frösche. Mensch, als ich ein kleiner Junge war... Ach, das ist jetzt nicht wichtig. Wen kümmern ein paar Frösche? Verschwinde von hier! Ah! Sucht Moses und bringt ihn zu mir! Sofort! Du! Vertreib diese Frösche! Versprecht dir, die Israeliten freizulassen! Ja, ja! Lass einfach diese ekligen Dinger verschwinden! Gott ließ die Frösche verschwinden, aber der Pharao brach sein Versprechen. Er ließ das Volk von Israel nicht frei. So ließ Gott mehr Plagen über Ägypten kommen. Gott ließ Mengen und Mengen von Fliegen über Ägypten herfallen. Die Fliegen waren überall. Werdet ihr mein Volk nun ziehen lassen? Kein Winkel war von Fliegen verschont. Aber der Pharao wollte die Israeliten noch immer nicht freilassen. So wurden seine Tiere sehr krank. Und dann bekamen die Ägypter Beulen auf der Haut. Und furchtbarer Hagel fiel vom Himmel. Und dann kamen die Heuschrecken. Und fraßen all ihre Kleider. Als nächstes verdunkelte sich das Land für volle drei Tage. Jedes Mal, wenn Ägypten von einer Plage heimgesucht wurde, versprach der Pharao, die Israeliten freizulassen. Aber jedes Mal änderte er seine Meinung und brach sein Versprechen. Werdet ihr mein Volk ziehen lassen? Nein, das werd ich nicht! Ich habe versucht, euch zu warnen, aber ihr hört nicht zu. Hört auf mich, sonst werdet ihr es bitter bereuen. Die letzte Plage wird die schlimmste sein. Alle erstgeborenen Söhne Ägyptens werden sterben. Was hat dein Gott getan? Er hat mir meinen Sohn genommen. Verlasse Ägypten augenblicklich und nimm dein Volk mit dir! Moses sagte den Israeliten, sie sollten sich bereit machen, Ägypten umgehend zu verlassen. Er wusste, der Pharao könnte seine Meinung bald wieder ändern. So packten sie und verließen Ägypten, so schnell sie konnten. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich gehen. Es ist, wie Moses es versprochen hat. Ein Land, in dem wir frei sein werden? Es scheint wie ein Traum. Aber es ist kein Traum. Endlich sind wir auf dem Weg nach Hause. Mike. Amen. Thousands of sandals in the sand Mighty Moses, what an amazing sight Leading us on to the promised land The day has dawned to journey on To a brand new place A fire will ride our way by night A cloud will guide my day Mighty Moses and the Israelites Thousands of sandals in the sand Mighty Moses, what an amazing sight Leading us on to the promised land Hand in hand through desert sand Answering God's call Following our leaders' lead To freedom for us all Mighty Moses and the Israelites Thousands of sandals in the sand Mighty Moses, what an amazing sight Leading us on to the promised land Mighty Moses and the Israelites Thousands of sandals in the sand Mighty Moses, what an amazing sight Leading us on to the promised land Und so endlich verließ das Volk von Israel Ägypten Auf dem Weg in ihre Heimat ein Land der Freiheit Am Tag führte sie eine Rauchsäule Und in der Nacht zeigte ihnen eine Flammensäule den Weg Aber im Palast hatte der Pharao seine Meinung aufs Neue geändert Ich war ein Narzi ziehen zu lassen Wer baut unsere Pyramiden und pflanzt unsere Nahrung Und fächelt mir Luft zu, wenn es heiß ist Wir müssen die Israeliten zurückholen Holt meinen Wagen In der Zwischenzeit hatten die Israeliten das Rote Meer erreicht Moses, sieh nur, hinter uns Die Armee des Pharao Sie werden bald hier sein Oh nein Moses, was hast du uns angetan? Es wäre besser gewesen, unglücklich in Ägypten zu leben Als hier in der Wüste zu sterben Habt keine Angst Gott wird uns schützen Eile nicht, Moses Ruht heute Nacht Morgen früh erhebe deine Hand Und halte deinen Stab über das Meer Es wird sich teilen Und ihr werdet des trockenen Fußes Überqueren können Ja Vorwärts Ja Halt, wir bleiben bis zu morgen hier Dann fangen wir sie wieder ein Und als der Morgen anbrach Stand Moses am Meer und hob seinen Stab über dem Wasser Und das Meer teilte sich genau wie Gott es versprochen hatte Kommt mit Folgt mir Hinterher Da kommen sie wieder Was sollen wir nur tun? Wartet einfach Dann ergoss das Meer sich über die ägyptische Armee und hielt sie auf Habt Dank Gott, dass du uns gerettet hast Auf ihrem Weg nach Israel durchquerten die Israeliten die Wüste Sinai Wenn sie hungrig wurden, schickte Gott ihnen Nahrung Mama, schau, was ist das? Es war süßes, schmackhaftes Brot, das Gott schickte, um die Menschen zu ernähren Die Israeliten nannten es Manna Das bedeutet, was ist das? Wenn die Israeliten durstig waren, schickte Gott ihnen Wasser Ich will lieber Milch haben Als die Israeliten den Berg Sinai in der Mitte der Wüste erreichten Schlugen sie am Fuße des Berges ihr Lager auf Es war an der Zeit, dass Gott dem Volk seine Gesetze gab Was geschieht? Was ist das? 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 Was will Gott von uns? Gott ruft mich. Ich bin sicher, er hat große Pläne für uns Ich muss weitergehen. Und Moses erklomm den Gipfel des Berges. Ich bin bereit für dich. Ich habe Gesetze, die ich dem Volk von Israel übergeben will. Wenn sie diese befolgen, werde ich das Volk schützen. Meißle mir zwei Steine zurecht, dann schreibe ich sie auf. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Gott schrieb noch mehr Gesetze auf. Er sagte Moses, wie er ein Haus der Verehrung bauen sollte, in dem die Israeliten zu Gott beten konnten. Gott sagte Moses auch, dass alle Menschen am siebten Tage ruhen sollten, so wie er es getan hatte, als er die Welt erschuf. Hab Dank Gott! Und so führte Moses das Volk von Israel zurück in ihr Heimatland, mit der Macht Gottes und seinen heiligen Gesetzen. Diese Gesetze nennt man die Zehn Gebote. Während der ganzen langen Reise half Gott Moses, sein Volk nach Hause zu führen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Musik